Musik 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 Verdammt Musik 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 Pfff Musik Wir sind stark Auch stark Wir sind stark Du warst grad am Längen im Moment Deine WU sahen ein bisschen komisch aus also Deine Rad auch, lauf mal Ja, warte ich noch mal an Ja, du teleportierst dich von einem Ort nach dem anderen Ausgezeichnet Jetzt will ich durchsuchen, was ist da drin Rezept frittierte grüne Tomaten Willst du mich verarschen? Was willst du denn damit? Was willst du denn damit? Ich kann frittierte grüne Tomaten machen Okay Rote aber nicht Demnach angefahren Nicht Was geht denn da ab, ey? Das sah irgendwie nach Zu unnötig viel Overkill aus Ja, die ist 347 Also Wir fordern die heraus Würd grad sagen, die wirst du irgendwie angegriffen aus einer anderen Dimension oder was? Warte mal, haben wir unsere Rüstung schon immer so viel Werte gehabt? Ich hab keine Ahnung Der mittlere Rüstung hat 1600 Rüstungen Ich mein so hoch war das nicht Ich hab maximal 17.000 Ich weiß nicht, unsere Rüstung und die Werte guck ich mir nicht an, du Wir haben irgendwie die Werte hier alle voll irgendwie geändert Ich mein, deine Rüstung war dann noch irgendwie so im 600er Bereich oder irgendwie sowas beim letzten Mal halt Also, das kann sein Ich hab schon jetzt so Sachen, die 1600 oder so stark sind Da kann ja irgendwie nicht sein Was zum Teufel? Stahlrüstung Schulter 2260 Rüstung Warte mal, mein Schwert war irgendwie 400 oder 500 Ja, das ist 1164 Was? War für 1108 Ja, die waren nicht so Ja, die waren nicht so Ne, das war definitiv nicht so Vielleicht haben sie das aber auch die Gegner schwer gemacht oder so Ja Da steht zwar irgendwie nicht den Sinn davon, aber Ja, da sind wir stärker und die Gegner super, er hat sich ja nichts kennengelernt Ja Ah, boah, ich hab mir das mit der Hand gegriffen Ja, mich war brand Du, das ist da brennt Du, das ist da brennt Brennen? Hilfe, es brennt, macht es aus Wir hätten brennen, der Typ durch die Gegner Was? Ich hab nicht gehört, Hilfe, es brennt Ja, ich hab den gesehen Ich glaub, wir sind die Bösten, oder? Hilfe, es brennt, macht es aus Warte, ich lösche dich Brennt noch nicht weg Da steht noch nicht an, ey Brauchte das mal neue Leute zu verbrennen Du wolltest sein Feuer mit deinem Feuer löschen Ja Ich hab jetzt nur noch Hose bekommen, die genau so das gleiche ist wie mein Helm Irgendwie aussieht Was? Boah, jetzt bin ich echt so ein... Jetzt bin ich echt so ein Mr. Slave Boah Boah Du bist so ein Junge alter Bitches, okay Und der ist gotter Erschreit ein, wie so eine Bekloppte Was schreit hier, wie so eine Bekloppte Ich höre ne so Warte Du bist jetzt gött Böser Was, achso A squirrel Urlaub die Katze die Katze er hat auch leben weil ich dachte es kann man killen wenn ich schon wieder so geschrieben Prozent diesmal schon bei mir und das wird gesagt die geile Augen wir sind keine Mediziner ich würde hier starken was? hast du das gehört? ich war das wie überrascht das jetzt gerade kann was war das? ich war nur genau an dem an dem Schloss da am Rumpffungeln und die so hüuuuuu das freut sich den oh das war manchatka er sah, wie ich fl campo heute ich dachte er hätte er hat mich erwischt aber nicht allzu schlimm hört sich irgendwie wichtig an wut der Typ ist gar am Winden was weiß ich nicht, und du hackst da scheiß Eis nach, ey. Statt den irgendwie zu dem Krankenhaus zu bringen, oder so, ey. Oh, hallo, hallo. Ja, ich muss den Krankenwagen irgendwie finanzieren. Danke. So, was? Mein Gott. Aus deinem ganzen Körper kommt grüne Pulver scheiße raus. Fühl mich aber okay. Sieht aber nur komisch aus. Sieht aber nur komisch aus. Sieht aber keine Ahnung, wie so ein Wasser fallen. Jetzt hat es aufgehört. Ich stink einfach nur. Ja, das könnte man auch so sehen, ey. Mal den Chat einfügen. Schmerz. Wie Äpfel. Äpfel. Ja, schon. Genau, ich will mir so ein Korb oder so Durchsuche. Kann sein Rechtsklick aufmachen. Es ist so ein Träten, nee, das ist ein Handel. Das ist ein Handel, ne. Apfel. Da steht Äpfel, Füß. Dann jeder sagt Äpfel. Dann jeder ist ein Asch, kommt, sagt. Na, was, oh Gott. Geht doch mal weg von mir. Dann hörst du dich, dann kommst du dich mal gegen die Kämpfe. Nee, Junge. Ich hab schon zwei. Alter. Da hab ich ne Ratsch zu tun. Ja, krass. Mein Gott, schweiß Gott, was tot. Ich, ja klar. Mal weiß, warum ich gerannt bin. Ey, ich versuche hier die ganze Zeit umzubringen. Du kannst ja gucken, wie so ein Behinderteil. Ich sag, die die gar nicht in die Ratsch zu tun. Ich hab die nicht in die Ratsch zu tun. Erst sagst du Äpfel und dann gehst du auf die Fresse. Erst musst du Lippe riskieren und dann äh. Nee. Was macht der, ey? Das ist ne Himmelscherbe. Was? Was der Teufel. Das haben wir gar nicht gesehen. Oh, Gottverdank. Hahaha. Voll die Schnorrer, ey. Wann doch gar die an der Stelle, ey, boah. Nein. Gib mir 700 mehr Ausdauer, was? Gib mir mehr Gold, was? Ja, damit. Alter. Hahaha. Oh Gott. Ich seh schon nicht käme. Hahaha. 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 Ich will das nicht sehen. Hast du das gesehen? Ich will das nicht sehen. Ich will das nicht sehen. Hahaha. Dann schaust sie an. Hahaha. Dann schaust sie an. Hahaha. Ach Gott, Junge, was warst du denn? Ich guck dir aus. Du siehst aus wie in der Schlacht. Hahaha. Hahaha. Oh Junge, du kannst es gleich an. Weißer Ratte, du bringst dich zum Kopf. Hahaha. 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 Gibst du. Du kannst dich von meinen Hintern weg gucken. Hahaha. Äpfel. Okay. 3. Okay. 3. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 6. 10. 9.